Egal ob ihr Mieter oder Eigentümer seid, Wohnen wird für euch ab 2025 entweder billiger oder teurer. Das hängt von der neuen Grundsteuer und der entsprechenden Grundsteuererklärung ab, die alle Eigentümer jetzt bis 31. Oktober abgeben müssen. In diesem Video zeigen wir euch, wie wird die Grundsteuer künftig berechnet, was braucht ihr für diese Grundsteuererklärung und dann eine einfache Anleitung, wie ihr diese Grundsteuererklärung am besten ausfüllt, sodass ihr später nicht mehr Grundsteuer zahlt als unbedingt nötig. Ich bin Saidi von Finanztipp, viel Spaß bei diesem Video. Egal ob du neu bist auf diesem Kanal oder gar nicht genug kriegen kannst von deiner täglichen Dosis Finanztipps und wichtigen Finanzinfos, hol dir auf alle Fälle die Finanztipp-App hier oben oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findest du täglich das Wichtigste rund um dein Geld. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Erstmal ganz grundsätzlich, wer ist eigentlich von der neuen Grundsteuer betroffen? Naja, im Grunde genommen alle, denn auch als Mieter zahlt ihr diese Grundsteuer, weil euer Vermieter die auf euch umlegen kann. Zu zahlen ist die aber erst ab 2025, weil bis dahin ist dann die Reform abgeschlossen und dann wird es eben teurer oder billiger. Um das wiederum abschätzen zu können, ob es eben teurer oder billiger wird, müsst ihr wissen, wie die Grundsteuer bisher berechnet wurde und was sich jetzt eben ändert. Bisher lautete die Formel für die Grundsteuer Einheitswert mal Steuermesszahl mal Hebesatz. Na toll, klingt ja gar nicht kryptisch. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Gehen wir es von hinten her an. Den Hebesatz, den haben einfach die Gemeinden, die Städte und Kommunen festgelegt. Die Steuermesszahl, die betrug in Westdeutschland, war es zwischen 0,26 bis 0,6 Prozent vom Einheitswert und in Ostdeutschland 0,5 bis 1 Prozent. Die Krux an der Sache ist natürlich der Einheitswert, auf den sich das alles bezieht. Und der ist auch der, der am meisten reformiert werden soll, weil der soll eigentlich den Grundstückswert widerspiegeln. Die Formel wiederum für diesen Einheitswert, die seht ihr hier. Und da will ich vor allen Dingen einen Punkt herausstellen, nämlich die Jahresmiete. Da kommt die Jahresmiete drin vor. Das heißt, da geht es auch um den Mietspiegel. Eigentlich ist das ja keine blöde Idee, wenn da halt mit aktuellen Quadratmeterpreisen gerechnet würde. Die hätten eigentlich alle sechs Jahre aktualisiert werden müssen, wurden sie aber nicht. Dann wird weiterhin mit den Werten Westdeutschland von 1964 und den Ostdeutschland von 1935 gerechnet. Da kostete der Quadratmeter vielleicht gerade mal so 2,50 Mark. Also das stimmt alles nicht. Und deswegen ist gar nicht die Frage, warum jetzt manche Leute irgendwie zu viel ungerechterweise zahlen und manche zu wenig. Und dieser veraltete Einheitswert, der wird in der Formel jetzt durch den Grundsteuerwert ersetzt. Und damit der aktuell ist, muss er für alle rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu ermittelt werden. Und das eben mit der neuen Grundsteuererklärung. So, und was ihr für die braucht und wie eure Immobilie konkret bewertet wird, das hängt von dem Bundesland ab, in dem eure Immobilie steht. Denn es gibt nicht weniger als vier verschiedene Modelle. Die meisten Bundesländer verwenden das Bundesmodell, Bayern aber zum Beispiel das Flächenmodell. Hamburg, Hessen und Niedersachsen verwenden ein geändertes Flächenmodell, Baden-Württemberg das Bodenwertmodell. Oh Mann. So, was bedeutet das jetzt? Gehen wir es mal durch. Hier seht ihr eine Liste der ganzen Angaben, die ihr für die Grundsteuererklärung braucht. Wenn wir jetzt mal nach dem Bundesmodell gehen, dann braucht ihr so Angaben wie zum Beispiel das Aktenzeichen, die Grundbuchblattnummer, das Flurstück und die Gemarkung. So, das steht zum Glück alles in dem Schreiben vom Finanzamt drin, das ihr vielleicht auch schon bekommen habt. Oder vielleicht auch noch nicht, weil das hat noch nicht jeder. Eure Steuernummer und eure Steuer-ID, die kennt ihr vom Einkommenssteuerbescheid, das ist also schnell erledigt. Dann müsst ihr die Grundstücksart angeben und da ein Hinweis, es gibt hier nur anzugeben Ein- und Zweifamilienhäuser. Doppel- und Reinhäuser kommen nicht vor. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn eure Doppelhaushälfte nur einen Eingang hat und nicht zwei Eingänge zu zwei separaten Wohnungen, dann zählt sie weiterhin als Einfamilienhaus. Dann braucht ihr das Baujahr, also das Jahr, in dem eure Immobilie zum allerersten Mal wirklich bezugsfertig war. Dann wird nach einer Kernsanierung gefragt, damit ist gemeint eine Komplettüberholung eures Hauses, also nach der das Haus praktisch wie neu war. So ein paar Reparaturen hier und da, die zählen natürlich nicht als Kernsanierung. Garagen müsst ihr auch angeben und zwar die Anzahl. Ein Carport zählt nicht rein und auch die Fläche der Garage spielt erstmal keine Rolle, weil wir sind ja beim Bundesmodell. Beim Flächenmodell sieht das anders aus, kommen wir gleich zu. Wenn ihr eine Immobilie in Bavue habt, habt ihr Glück, denn da braucht ihr die wenigsten Angaben. Sowas wie Steuer-ID und Steuernummer, das findet ihr eben im Einkommenssteuerbescheid und dann braucht ihr vor allen Dingen den Bodenrichtwert und den könnt ihr günstigerweise online nachschauen und den Link packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr dagegen zu den glücklichen Kandidaten gehört, bei denen das Flächenmodell zur Anwendung kommt, dann wird es schon etwas aufwendiger, denn da spielen die Wohn- und Nutzflächen eine Rolle und die könntet ihr zum Beispiel in den Bauunterlagen nachschauen, aber vielleicht ist es besser, wenn ihr tatsächlich mal nachmesst, denn nicht jeder Quadratmeter zählt und am Ende wollt ihr nicht zu viel Quadratmeter angehen, um eben nicht zu viel Grundsteuer zu zahlen. Beim Flächenmodell müsst ihr zunächst mal wieder die üblichen Angaben aus dem Infoschreiben vom Finanzamt eintragen. In Bayern reicht es zum Beispiel, wenn ihr die Adresse eintragt, da braucht ihr die Gemarkung, das Flürstück nicht. Anders ist es zum Beispiel in Niedersachsen, da könnt ihr es aber online nachschauen, das packen wir euch auch wieder unten in die Videobeschreibung. Bei den Bundesländern, wo das Flächenmodell zum Einsatz kommt, also Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, braucht ihr den Bodenrichtwert nicht. Und jetzt seht ihr hier schon die Unterschiede zu den anderen Modellen, denn es gibt bei den Nutzflächen Freibeträge. Zum Beispiel bei einer Garage sind es 50 Quadratmeter. Das bedeutet, wenn eure Garage zum Beispiel 60 Quadratmeter habt, dann müsst ihr in der Grundsteuererklärung nur 10 Quadratmeter angeben. Bei Gartenhäusern sind es zum Beispiel 30 Quadratmeter Freibetrag. Bei der Wohnfläche ist es ähnlich. Hier zählt auch nicht jeder Quadratmeter, sondern insbesondere bestimmte Nutzflächen nicht. Zum Beispiel ein Heizkeller oder ein Trockenkeller oder auch ein Abstellraum, die zählen nicht mit rein. Dafür zählen natürlich die normalen Wohnräume, also Wohnzimmer, Küche oder auch ein Arbeitszimmer. Solange die eine Deckenhöhe von mindestens zwei Metern haben, zählen sie voll für die Grundsteuer. Jetzt kommen wir zu den Schrägen, zu den Dachschrägen. Alles, was unter einem Meter Höhe ist, zählt gar nicht dazu. Alles, was zwischen ein und zwei Meter Deckenhöhe ist, zählt nur zu 50%. Balkone, Terrassen, Lodgien und Dachgärten zählen nur zu 25, beziehungsweise maximal zu 50%. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine kleine Terrasse von vier Quadratmetern habt, dann zählt die nur zu 25%, also müsst ihr nur einen Quadratmeter versteuern. Gar nicht mit rein zählen zum Beispiel Treppen, die mehr als drei Stufen haben und nur zur Hälfte zählen unbeheizte Wintergärten und Schwimmbäder. Also, falls ihr einen Indoor-Pool habt, man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, was bei euch zur Nutz und was zur Wohnfläche gehört, dann nutzt die Ausfuhrhilfen zu den Formularen, beziehungsweise klickt in den Online-Formularen auf das Fragezeichen, da findet ihr dann weitere Anleitungen. Ihr könnt die Grundsteuererklärung über das Elster-Portal online machen. Weitere Unterlagen müsst ihr da erstmal nicht mitschicken, es reicht, wenn ihr die aufbewahrt natürlich. Welche Angaben ihr dort machen müsst, das haben wir euch eben vorhin in der Tabelle gezeigt. Wenn ihr es nicht über Elster machen wollt, dann bietet auch die ein oder andere gängige Steuersoftware ein Programm für die Grundsteuererklärung an. Wahrscheinlich seid ihr damit aber doch ganz schön gefordert und deshalb hat sich unser Finanztipp-Steuerexperte Jörg für euch die letzten Wochen ganz schön ins Zeug gelegt und hat euch eine Online-Ausfüllhilfe für die Grundsteuererklärung zur Verfügung gestellt. Und zwar je nach Bundesland, beziehungsweise je nach Grundsteuermodell, das für euch zählt. Die findet ihr unten natürlich verlinkt in unserem Ratgeber und die könnt ihr zum Beispiel auch an eure Eltern oder Bekannten weiterschicken, die mit dieser Erklärung auch schön ganz schön ins Schwitzen kommen. Außerdem haben auch die Finanzverwaltung mittlerweile nachgelegt und ein paar ganz nette Erklärvideos, Tutorials gemacht, die euch dabei helfen. Auch die packen wir euch unten in die Links. Ihr seht schon, es wirkt ziemlich kompliziert, aber so kompliziert ist es gar nicht, solange es um euer privates Wohneigentum geht. Und nach der Erklärung wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis ihr euren ersten Bescheid zur Grundsteuer dann bekommt und den solltet ihr dann auch genau prüfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann versuchen wir euch weiterzuhelfen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, aber schreibt die doch mal unten in die Videokommentare. Lasst mir ein Like da für dieses Video, wenn es euch weitergeholfen hat und teilt es auch mit allen Leuten, die das ebenfalls betrifft. Vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Saidi. Euer Saidi.